Taxi-Zentrale, hallo? Ja, hallo, mir ist was saublödes passiert. Wer ist ich? Ei, ich hab'n früher am Bahnhof gestanden und ne Kollege. Ja? Und, ähm, er wollte halt ein YouTube-Video drehen. Und dann hat er halt gemeint, ich soll einfach in den Kofferraum von nem Taxi gehen. Und das hann ich jetzt gemacht und das Taxi ist einfach losgefahren. Ich guck jetzt im Taxi, warum kommt der mehr raus? Haha, nee! Doch! In welchem Wasser-Taxi ist'n das? Ich weiß es natürlich, ich, keine Ahnung, ich fahr' schon seit ungefähr 10 Minuten und, ja... Das glaub' ich doch jetzt gar nicht. Doch, können Sie vielleicht mal noch durchfunkeln? Ja, ich, äh, der ist vor 10 Minuten am Bahnhof losgefahren. Hören Sie? Ja. Ja. Äh, welches Taxi ist vor circa... Ja, gut, okay. Am Bahnhof. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das eins von uns ist. Pff, was, können Sie vielleicht mal irgendwie nachfrau da durchfunkeln? Weil, ja, ich schreie die ganze Zeit rum und der hört mich halt nicht. Ja, hat er das nicht mitkriegt? Ne, der kriegt das nicht mit, der ist einfach losgefahren als Basti. Ne, der hat er nicht mitkriegt, dass Sie sich da reingesetzt haben. Ah, ne, der war ja gar nicht da, der ist dann einfach gekommen und ist losgefahren. Ja, aber Sie können sich doch nicht einfach in den Taxi? Also, ja gut, ähm, ich hab jetzt auch Ihre Handynummer nicht. Äh, ich muss das versuchen, da rauszudrücken. Ja. Ja. Sagen Sie mir mal Ihre Handynummer. Warte mal ganz kurz, wenn ich's nicht packe soll, könnte ich Ihnen dann mein YouTube-Passwort gehen und Sie laden das Video hoch? Das kann ich nicht. Ja, das... Ja, können Sie gerade nicht Ihr Freund machen? Ne, ich weiß nicht, wo der ist. Ja, aber der muss doch mitkriegt haben, dass Sie da hinten drin sitzen. Ich könnte drauf wettet, dass da wieder die Merkel im Spiel ist, die ist ja an allem dran schuld. Sie wollen mich veräppeln, ne? Nee. Ja, okay, ich guck. Ja, wie gesagt, wenn ich sie mir packe, dann sage ich Ihnen mein Passwort, gut? Ja. Gut, danke. Tschüss.